Guten Tag und herzlich Willkommen wieder zurück zu einer Runde Minecraft. So, ich bin heute noch allein. Ja, hat termintechnisch noch nicht so funktioniert. Ist aber wurscht. Wir haben trotzdem Spaß, würde ich sagen. Und ja, Monster sind an und... Pfff, was mache ich denn nun wieder? So, ich könnte mal noch ein bisschen gucken, wo ich vielleicht noch ein paar Wege für euch erstellen kann. Damit da vielleicht ein bisschen mehr geht, was ihr bauen könnt und so. Das ist natürlich auch so eine Prämisse, die ich gerne hätte. Weil meine kleine Stadt natürlich größer werden soll. Soll eine Weltmetropole werden mit vielen, 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 vielen Einwohnern. So. So viele, 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 viele gesagt. So, aber ich habe mich echt gut eingepfercht hier in der City. Das wird schon ein bisschen schlimmer. Dass man da irgendwo irgendwas erstellen kann. So, hier der Hügel muss auch noch abgetragen werden. Äh, so viel zu tun. So viel zu machen. Ich könnte auch darüber irgendwie so einen Weg legen. Wäre natürlich auch so interessant. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Oder? Mach ich darunter einen Weg? Ich weiß es nicht. Mach da einen. Wäre eine Möglichkeit, um hier den Hang auch ein bisschen zu bebauen. So. Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. Ich gehe mal straight away hier runter. Mal gucken, wie ich, wo ich hier rauskomme. Aber ich sehe jetzt schon. Da steht direkt ein Pfosten. Aber direkt. Direkt zum Pfosten steht hier. Ja gut, dann müssen wir halt einmal einen auslassen. Hilft ja nicht. Zack. Zack. Hier geht der Weg weiter. Ja, ich bereite einfach nur mal vor. Und dann, ja, im Laufe des Spiels wird mir schon wieder einfallen, was ich noch alles machen soll. Aber, ich glaube, das ist jetzt erstmal so eine gute Idee, wenn ich jetzt erstmal neue Wege anlege. Dass man schon mal im Groben weiß, ähm, wo, was, wie gemacht wird. Also, gemacht werden kann. Und ich bin mal wieder super mega gut vorbereitet. Und ich brauche wieder eine Schaufel. Wo ist hier die nächste Werkbank? Kann mir da jemand mal behilflich sein? Äh, ich weiß gerade keine. Ich muss sowieso erstmal durchs Lager stiefeln, weil mein Inventory eh schon wieder randvoll ist. Da muss ich was gegen tun. Gegen die, äh, mangelnde, äh, ja. Gegen die mangelnde, äh, füllgüte meines Inventars. Musch ich da was machen. Ja. Türe auf, Türe zu. Jo. Passt. Und ich verräume mal ein bisschen Erde. Erde haben wir ja auch ein bisschen was schon, äh, Bruchstein, äh, Stein, nein, äh, Pflasterstein schon eher. So, Kies hätte ich auch noch ein bisschen, aber den brauche ich fast. Den Kompass könnte ich verräumen. Die Werkbank könnte ich verräumen. Ich habe ja eine Werkbank. Ich bin ja auch so schlau. Feuerstein, Feuerstein, Feuerstein braucht kein Mensch, kann ich hier in die Kiste legen. So, Samen brauche ich jetzt auch nicht. Gehirn? Für was braucht man ein Gehirn? Brauche ich ja nicht, nee. Für was denn? So. Äh, Knochen, Knochenmehl. Zombiefleisch, da ist es. Zombiefleisch. So, Spinnenauge. Habe ich da noch was von? Nö. Muss ich hoch, muss ich da was weglegen. So. Ist ja schön, dass das alles funktioniert. Ein bisschen Übersicht habe ich ja zum Glück in meinem kleinen, aber feinen Lager habe ich noch. Aber nicht mehr viel, das ist mein Problem. So, Schallplatten. Wo habe ich denn, äh, Blümchen? Ich habe zwei Goldbe... Oh, oh, da Blümchen. So, drüber liegt Samen. Ja, perfekt. Eisenerz muss ich auch noch schön verräumen. Wo ist er denn? Eisenbarren. Da muss ich ja hier die Eisenerzvorräte klammheimlich reinpacken. So, und jetzt brauche ich aber eine Schaufel. Das ist definitiv, weil sonst komme ich da nicht voran. Weil mit der Hand will ich da nicht unbedingt rumpuddeln. Das dauert mir zu lang. So, ich mache mir mal fünf Schaufeln. Fünf Schaufeln dürfte eine Zeit lang reichen. So. Und wenn wir die Wege ausgehoben haben, können wir ja eigentlich mal zur Strandpromenade gehen. Wo ich ja eigentlich auch noch so viel bauen will. Das baue ich ja in, ja, erstmal in alleiniger Manier. Und, ja, in der Stadt darf sich jeder dann verebigen. Jeder, der hier mal vorbeikommt, wünsche Anträge, in meine Welt zu kommen, ist natürlich immer noch gern gesehen. Also, da sage ich mal nicht in der Höhe zu. Also, immer rein in die Tasten und, ja, in den Kommentar geschrieben. So einfach ist es und dann kann man in meine Welt kommen. So, und ich habe schon wieder Hunger. Oh mein Gott. Aber so ein Fleisch, das sättigt schon gut. Aber sehr gut sogar. So, hier ist die Furche. Meine Furche. Meine Kimme. Äh, ja. Da wollte ich weitermachen. So. Erstmal den Grundweg hier schon mal gemacht. So. So, ab die Luzi. Hier nochmal. Perfekt. Dann sind wir hier auch schon mal drin. So, dann trage ich hier noch ein bisschen was ab. Dass wir hier auch den Weg schön machen können. So. Die zwei Steine kommen mal weg. Oder drei. Eher drei. So. Habe ich eigentlich noch solche Schlepps? Ne, habe ich nicht. Na, super. Ich bin ja mega geil vorbereitet. Ich muss ja gleich schon wieder ins Lager. So wie sich das, äh, wie das aussieht. Musche ich da schon wieder gleich los. Ne, ne, ne. So geht das aber nicht, du. So. Und ich habe hier konterweise, gekonterweise muss man sagen, habe ich da meine Erde noch nicht bereit gelegt. Für das, was wir hier heute vorhaben. Und das ist halt auch nicht wenig. Oh, scheiße. Natürlich werde ich jetzt nicht die... Alter. Ich musste weiter drücken. Das war mir zu laut. Ein bisschen zumindest. So. Äh, natürlich mache ich heute schon noch was anderes, außer hier die Wege anlegen. Aber hier der Weg, mit dem ist schon mal viel geholfen. Aber wie gesagt, wenn ihr da auch mal irgendwo up the way, up the way irgendwo ein Häuschen baut, ich kriege da schon irgendwie einen Weg hin. Aber lieber habe ich da schon mal eine Grundstruktur drin, dass... So, ich will was anständiges hier auf dem Ohr. Heute ist es wieder, wieder extrem schlimm. So, ich wollte meinen Satz bänden. Äh, natürlich könnt ihr up the way auch ein Häuschen bauen. Ich kriege da schon irgendwie einen Weg hin. Überall gibt es Mittel und Wege, die mich hier glücklich machen. So, was soll der Scheiß? So, wenn dann so. Wenn dann so. Weil sonst stimmt da ja gar nichts. So, irgendwie ist die Musik heute so laut. Entweder bin ich heute nichts gewohnt, von der Lautstärke her. Oder mein Media Player ist mal wieder anders eingestellt. Könnte durchaus möglich sein. So. Dann haben wir da schon im Grunde alles fertig. Im Grunde. Ich nehme hier mal meinen Kies. Und fange da schon mal an zu klöppeln. Ganz leicht. So, minimal. Ganz wenig. So. Äh, natürlich arbeite ich dann wieder mit meinen Schleps. So, hier brauche ich auf jeden Fall nochmal Erde. Und hier kommen die Schleps hin. Also hier kommen wieder Kies hin. So, zack, zack, zack. Dann mache ich da wieder Erde rein, wegen Schleps. Oh, ja. So ungefähr. Wird das schon funktionieren. So, hier nochmal. Hier kommen dann wieder Schleps hin. Muss ich mir dann natürlich nochmal holen, die Schleps. So, ich mache dann glaube ich aber hier mit Kies weiter. Dann kann ich da die Schleps reinpacken. Dann kommen da Schleps rein. Dann kommt da Kies. Dann kommt da Kies. Dann müssen da Schleps rein. Hier so. Oh ja. Dann kommt da Schleps rein. Dann kommt da mein Kies rein. Schleps. Kies. Ja. Und dann sind wir eh schon fast unten. Oder dann sind wir schon unten. Dann können wir hier schon den Weg vollenden. Wenn ich mir dann noch ein bisschen Kies und ein paar Schleps hole in der kommenden Nacht. Weil es schon wieder dunkel wird. Hier im Minecraft Universum. So. Bin eh weit gekommen. Mit meinem Zeug. Kann ich jetzt nicht unbedingt meckern. So. Ab durch die Luzi. Schnell. Es wird dunkel. Lauf. Also ich könnte ja springen. Habe ich ja versprochen, dass ich endlich mal hüpf. 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 Damit ich hier auch schneller vorankomme. Weil ich eigentlich doch immer nur laufe. Wieso auch immer. Aber es geht ja schneller. So. Lauf. Hüpf. Mach was. Damit die Nacht umgeht. Wir müssen ins Bett. Oh mein Gott. Mama. Ich bin aber noch nicht müde. Du musst sofort ins Bett gehen. So. Ich liege im Bett. Juhu. Ich liege im Bett. Im Bett. So. Wer stirbt hier? Wer stirbt hier ohne mein Zutun? Was soll das? Das kann ich nie aufhör sitzen lassen. Dass ihr hier einfach mal stirbt ohne mein Zutun. Ja gut. Ist eigentlich nicht schlimm. Aber naja. Anders hätte ich es auch gern gesehen. So. Treppenstufen? Nein. Steinstufen. Pflastersteine. Ich habe gar keine Slapkiste für die Dinger. Finde ich ja auch super. Merke ich gerade mal so. Achso. Ich brauche ja noch Kies. Kies habe ich gesagt. Kies. 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 So. Braucht zwar nicht mehr so viel. Vielleicht fällt mir aber noch ein Weg zu Füßen. So. Nehme ich mal alle draus hier. Und dann mache ich mir mal eine Riege Slaps. Dürfte reichen. Die nehme ich auch mal kurze Hand zu Hand. So. Und dann ab dafür. Wart. Mich hungert schon wieder. Es gibt es ja nicht wie schnell das sein kann. Hallo Endermann. Ender Polizist. Der neue Polizist von meiner Stadt. Der neige neue Polizist. Der macht sich gut. Der hat eine Statur. Da muss man einfach mal Angst kriegen. Muss man ja irgendwo so sagen. Wieso ist da eigentlich offen? Wieso ist da offen? Zombie. 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 Drecksack. So. Was macht ihr hier? Ringelpiez mit anfassen oder wie? Mini Zombie. Mini Zombie. Mini Zombie. Verpiss dich. Ah. Der hat ein D-Hirn. Der Große hatte kein D-Hirn. So. Hier irgendwo. Irgendwas. Ich bin im Rage Modus. Ich töte alles. Wo seid ihr? Ne. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist gut ausgeleuchtet. Aber unten nicht. Ne. Ja. Die sind halt schon grün vor Krankheit. Den geht's da nicht ganz so gut. Schade. Huch. Da hab ich ja. Ja. Ich hätt ja gar nicht so weit gehen müssen für Schlepps und den ganzen Scheiß. Wenn ich mal einmal in die Kiste gucken würde. Ein einziges Mal. Aber nö. Wieso denn auch? Muss ja nicht. Muss ja nicht. Für was denn auch? So. Alle mal hier wieder schön anbringen. So. Zack. Hä-hähm. Ich wollte hier Schlepps dran haben. So. Der Weg ist ja eh schon fast im Gänze fertig. So einen Weg mache ich jetzt schon ziemlich schnell. Geht dann nur noch die Außenverkleidung los. Dass das dann auch anständig aussieht. Gefällt mir. Gefällt mir einfach mal. So. Und die Themen sind mal wieder rar gesät. So. Weil ich mal wieder nichts in der Birne hab. Natürlich nicht. So. Jetzt mache ich erstmal hier das gerade Stück. Oder? Ach nee. Machen wir ein Stück weiter. So. Auf jeden Fall muss ich bis hier hin. So. Perfekt. Perfekt. So. Zack. 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 I let it weg here. I let it weg here. Und dann ist halt nochmal ein neuer Weg hier bei uns in der Welt. In der kleinen Welt. Irgendwie bin ich gut drauf. Ich weiß nicht wieso. Es hat mir gut getan, dass ich wirklich Just in Time aufnehme. Just in Time hat heute einen ganz anderen Ausdruck. Äh. Weil. Heute die erste Folge raus muss. Also. Wenn das nicht Just in Time ist. Dann weiß ich auch nicht. Mehr Just in Time geht nicht. Mehr Just in Time geht nicht.